Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Sie wolle mit ihrer Reise zeigen, dass man dem Land, solange es nötig ist, beistehe. Mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und finanzieller Unterstützung, so Baerbock. Sie wolle auch ein Zeichen setzen gegen drohende Kriegsmüdigkeit in Deutschland. Putin betreibe die Spaltung der Gesellschaft und dieser Plan dürfe nicht aufgehen, so die Außenministerin. In Kiew will Baerbock unter anderem mit ihrem Amtskollegen Kuleba sprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017